Das neue Spiel von den Super, wie heißen die, Supergiant Games. Äh, scheiße, können wir mal neu anfangen. Oder nicht? Je Pimmel. Heute bei uns das neue Spiel von Supergiant Games, den Machen von Bastion und Transistor. Zwei Spiele, die ich, glaub ich, nur so peripher gehört habe, weil das Genre Roguelike mich bisher nicht so sehr interessiert hat. Doch jetzt werden wir's mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja was für mich Hades. Wir schauen. Mal rein. Okay, ich drücke Spielen und, äh, geht direkt los, ne? Ich weiß, dass am Anfang eine recht schöne, cartoonige Sequenz kommt, ein schönes Intro, was so ein bisschen alles erklärt. Das brauch ich auch, um reinzukommen. Was ist denn jetzt los? Okay, es wird gar nicht viel erklärt. Ich spiele mir das einfach, ich erspiele mir das. Ilias war ein Mega-Fan von diesem Spiel und hat gesagt, das müssen alle mehr oder weniger spielen. Es wäre, es hätte das Genre, er hat das anders gesagt, er hat mehr oder weniger gesagt, dieses Spiel hat Geschlechtsverkehr mit dem Genre gehabt und am Ende gewonnen. Ich wusste nicht mal, dass man beim Geschlechtsverkehr überhaupt gewinnen oder verlieren kann, aber Hades zählt zu den Gewinnern. Ach, muss ich den killen oder was? Es tut mir leid, irgendwas ist mit meinem Regie, irgendwas ist mit meinem Kabelgedönse hier, weil der Controller geht die ganze Zeit an und aus. Vielleicht haben wir irgendwo noch einen Funk. Das ist so ein Nerv-Shit. Nie geht das. Ich habe so viele von diesen Controllern hier und da schon benutzt und die haben fast immer irgendein Problem mit dem Kabel. Das ist doch, guck dir das an. Ich mache das ja nicht absichtlich. Als ob jemand, den ich nicht genauer nennen will, wenn er wütend ist, ab und zu mal auf das Pad haut oder das Pad irgendwo hinwirft. Guys, du kommst jetzt mal so aus einer Schede. Irgendwie so wirkt es. Das müssen wir mal rauskriegen, wer das ist. Oh, es zischt aber ganz schön, Leute. Es macht richtig Bock. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch mehr machen kann, was meine Moves angeht. Ich glaube im Moment nicht. Links sieht ja alles noch sehr simpel aus. Ach, akzeptieren. Okay. Es muss sein, dass sie sie sein. Dann geht nichts. Im Namen von Hades. Ein bisschen. Ah, da kommen sie. Dein Angriff ist kraftvoller und kann ablenken. Das ist eine gute Idee. Kann ich wahrscheinlich wie in Zelda die Projektile zurückschleudern. Phalanxschuss, dein Wurf verletzt Gegner auf kleinem Raum und kann ablenken. Oder dein Spurt kann ablenken. Stell ich mir interessant vor. Nee, mach mal lieber das. Ich glaube, das ist am simpelsten. Du kannst mich nicht hören, wo du bist, du bist, Goddess. Aber danke dir. Ich bin verletzt. Ich kann mich nicht heilern. Aber ich kann kämpfen. Komm, wir kämpfen. Okay, wir machen hier kurz eine Pause. Und dann kriege ich ein neues Pad. Es sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Ich habe sogar ein eigenes Funkding dabei. Ich hole das mal schnell. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Und zwar schneiden wir es ineinander. Ja, da sind wir wieder. Hier ist der Controller. Ha! Magie at Rocket Beans. Es geht, wie ihr seht. Mein. Eins, zwei. Meins. Nee, drei, zwei, eins, meins. Oder wie? Ah, die Pötte. Die kann man einfach nur selbst... Die entzünden sich immer wieder selbst. Das ist ja praktisch. Shit, jetzt hätte ich noch mal links gucken müssen, was da eigentlich so war. Ach, aber das Setting, das Level-Design auch. Und die Optik ist einfach toll. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht die Mega-Erfahrung habe mit dem Genre. Aber das spielt sich ganz, ganz ordentlich. Ich bin ja eigentlich wirklich kein Fan von dieser Diabolo-Sicht, nenne ich sie mal, und Roguelike-Spiele. Das sind diese Looten- und Leveln-Spiele. Und da habe ich immer ein bisschen Problem mit. Weil es mir einfach nicht reicht. Für mich reicht Looten und Leveln einfach nicht. Tut mir leid, Trant. Ich brauche einen Grund. Warum tue ich das? Wem tue ich damit Gutes oder Böses? Das muss ich wissen. Ich muss es sehen. Und ich brauche einen Anfang, eine dramaturgische Mitte und ein Ende für ein Spiel. Ich kann nicht einfach nur... Okay, das habe ich jetzt verstanden. Das sieht nicht gut aus, da drauf zu gehen. Wo kriege ich denn Energie? Kriege ich die durch den Kampf eigentlich? Ja, es sieht so aus, als ob ich durch den Kampf... Hat er ja vorhin auch angedeutet. Energie wiederkriege. Ja, oh Mann, ey. Wie komme ich denn da jetzt hin? Kann ich da drüber? Nee. Ah. Okay. Gelernt. In the name of Hades. Göttlicher Tusch. Ist das dann, wenn ich den Raum betrete? Das fände ich geil. Deine Spezialität ist kraftvoller und kann ablenken. Ich weiß doch, ich weiß ja nicht mal, was mein Wurf ist. Der Wurfbutton, da brauche ich Spezialität, brauche ich gar nicht erst anfangen. Deine Griffe, die ablenken können, lassen Gegner auch schutzlos. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wenn der Angriff von Gegner gegen sie Status flucht, das Opfer erleidet bei Treffer von hinten fünf Sekunden länger Schaden. Okay. Nehme ich gerne mal mit. Ich würde gerne mal so Daten sehen, Daten der Spieler, in welche Richtung sie diese Räume immer angehen. Meine Theorie ist nämlich, ich habe irgendwann mal von Halo 3 oder so, waren es, glaube ich, so Multiplayer-Statistiken gesehen, wo die Leute auf den Karten rumlaufen und in welche Richtung. Und es ist wirklich zu überwältigender Mehrheit, laufen auch wirklich zu 80%, 90% die Leute immer nach rechts und fangen von rechts an, gegen den Uhrzeigersinn, den Level aufzuräumen. Und ich wette, dass das hier in solchen Spielen ähnlich ist. Und ich wette, dass das auch die Entwickler wissen. Und da würde mich mal interessieren, ob die Entwickler mit so was arbeiten. Ob die dann eventuell gerade es auf diese Art rechts schwerer machen, sodass es besser wäre, wenn man links laufen würde. Ich sehe übrigens diese Fallen, aber ich will sie ja auch mal ausprobieren. Wenn ich da drüber laufe, kann ich doch wahrscheinlich auch meine Feinde verletzen, oder? Was passiert denn? Ich glaube hier jetzt. Okay, hier wischte ich nicht. Aber ich kann die sicherlich damit verletzen, das glaube ich schon. Hm, oh, okay. Wollen wir hier links rum? Was ist das? Einen toten Schädel nehme ich mit. Ah, okay, zwei verschiedene Wege. Ich glaube, ich höre den Räumen. Aber ich habe doch nur Null. Ja, kannst du mir auch ein bisschen was leihen? Hast du irgendein Kreditsystem? Ja, das kennt ihr natürlich, ne? Der Fluss Stick, der die beiden Welten trennt, der Lebenden und der Toten. Er ist der Fährmann. Aber warum verkauft er dann hier, warum ist das dein Nebenerwerb? Geht's dir so schlecht? Sterben so wenig Leute, die es verdient haben, überzuwechseln, dass du hier mit irgendwelchem, dass hier den Flohmarkt, hier den Pommes, Pommes und den Döner oder was soll das sein? Alter, wenn der, wenn der Tod auch gleichzeitig der Dönermann ist. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Leute. Tränke wären ja noch okay, aber echt so eine Taco-Tasche? For real? Ah, okay. Das ist jetzt von eben, glaube ich. Nee, obwohl das war nicht das, was ich eben gekauft habe. Aber das ist eine der Fähigkeiten, die ich habe und nutzen kann. Hinterrücks, da habt ihr den Bonus gesehen. Shit, ich bin fast tot. Braucht dringend mal ein bisschen Energie. Ich kriege dafür jetzt aber keine Energie mehr. Das hier bringt das Energie. Die grünen Kerzen oder so? Nee. Wofür kriege ich denn dann ... Fuck, ich brauche wirklich Energie. Vielleicht mache ich das falsch. Vielleicht erledige ich die Gegner auf die falsche Art oder so. Kurz mal schauen, gibt es hier irgendwie Anzeigestand? Nee, okay, ich dachte, es wird mir vielleicht erklärt. Kann sein, dass es irgendwo mal ganz kurz erwähnt wurde. In irgendeinem Tutorial-Text. Aber ich kann doch nicht lesen. Das ist mir doch so unangenehm, das zuzugeben. Also verzeiht. Ja, hier geht nicht. Da muss doch was in diesen Vasen. Wenn mir die Spiele der Welt eines gelehrt haben, dann dass da immer geiler Shit ist. Da unten seht ihr Generation Zero, habe ich gerade runtergeladen. Das versuche ich schon die ganze Zeit, den anderen Jungs mal aufzuschwatzen. Ich glaube, ich nehme das. Weil ich glaube, das ist ganz cool. Das soll zwar mega unfair designed sein und buggy, aber irgendwie ist die Idee so à la Horizon, Koop, große, grüne, wunderschöne Welt mit Maschinenwesen, finde ich eigentlich mal ganz reizvoll. Kann man mal machen, finde ich. Deswegen gucke ich mir das an. Und dann zwinge ich die anderen, das mitzuspielen. Ich nehme mal an, das hier ist so der Endgegner-Raum. Nee, wobei. Aber die Mucke ist ja geil. Das ist wie in Bright Memory, glaube ich, weiß gerade nicht. Ah, beinah. Oder auch Rebel Galaxy Outlaw, was ich ja nicht müde werde zu erzählen, dass so Rockmusik, Gitarrenmucke im richtigen Moment einfach immer Tinte auf den Füller bringt. Ja, wirklich, da Blut aufs Schwert. Da hat man richtig Bock drauf. War natürlich klar, dass ich irgendwann sterbe. Er hat sogar so kleine Nike-Feuerschlappen an. Die Nike Fire. Cool. Ich finde zwei Sachen immer toll. Zum einen, wie hier der Chef des Haares Höchstpersönlich hinter seinem großen Eichenschreibtisch sitzt und Bürokratie zu erledigen hat. Mit einem großen Auge auf der Schulter. Macht das Auge die Rechnung? Ist das quasi das Finanzauge? Oder ist es das Auge der Steuerbehörde? Was generell eine gute Idee wäre. Das ist vielleicht eine gute Idee, liebe Steuerbehörde. Ja, vielleicht einfach jedem so ein Auge rechts auffflanzen. Dann könnt ihr direkt kontrollieren, ob das auch alles stimmt. Wer hat denn Bock darauf? Das ist doch kein guter Job. Da hab ich doch hier den viel cooleren Job. Ich kann rumlaufen, hallo, ich kann hier hacken, slayen. Du bist hier der Stempeldödel. Das macht mich fertig. Und nebenan der große Hund. Und ich hab auch echt mal eine Frage. Wie ist das denn, wenn man in diesem... Der kommt sicher irgendwann nochmal und hilft mir. Einer von den drei Hunden. Ich werd auch nochmal mit ihm sprechen. Der passt doch gar nicht durch die Gänge. Und dann hab ich noch eine Frage. Wenn man in dieser Welt alt und weise ist, wird man dann automatisch größer? Also, warum ist denn mein Vater zehnmal so groß wie ich? Warum ist denn der Hund hundertmal so groß wie ich? Aber da hinten ist rechts ein kleiner Sessel. Der ist dann für mich, oder was? Da soll ich mich dann hinsetzen. Aber ich will. Darf ich nicht? Unsetzbar. Na gut. Ich glaube es, Nix. Also, die Welt ist klar. Wir wollen aus dem Hades raus. Weil hier ist furchtbar schlechter Empfang. WLAN gibt's nicht. Das Smartphone bleibt immer still. Er ist ein junger Mann. Er will connecten. Was ist denn mit Tinder? Was sind denn diese ganzen Sachen von denen? Man hört von den Geistern hier. Die haben das nämlich alles. Natürlich will der da raus. Und der Vater sagt, nee, du musst doch später meinen Stempel übernehmen. Ich kann voll verstehen, dass er keinen Bock hat. Ich bin auf seiner Seite. Pass auf die Ferse auf! So. Das finde ich super gut. Stellt euch das vor. Ihr habt die ganze Zeit eine Stimme, die euch so zynisch kommentiert und die offensichtlich eine Agenda hat. Ach, die, die reden gerade miteinander und würden gerne entkommen. Ja, aber ihr habt doch nicht mal einen Körper. Guck mal, ich kann durch euch durchlaufen. Spätestens dann sollte euch klar sein, das wird nix mehr. Okay, wir dashen uns Richtung Süden. Denn da geht es ja scheinbar weiter. Immer der lilafarbenen Disco-Nacht nach. Wahrscheinlich redet der Raum auch gleich zurück, oder? Das ist auch lustig. Was soll denn das für ein Skelett sein? Was soll denn das für ein Skelett sein? Sind die Tentakel, das sind die Medusa. Okay, aber die Schlangen sind doch keine... Naja, gut. Vielleicht schon. Vielleicht Schlangenglieder haben ja auch Knochen, ne? Naja, ich weiß nicht. Ist ganz weird. Nacht und Schmerz steigen mich. Jetzt hab ich 30. Jetzt kann ich natürlich noch mal gucken, was ich mir eigentlich kaufen will. Äh, retonische Vitalität. Bisschen mehr, wenn du eine Kammer verlässt, krieg ich ein bisschen Energie zurück. Das mag ich sehr. 50 Hertz, anstatt zu sterben, wenn deine Lebenskraft erschöpft ist. Ja, klar. Das mach ich natürlich. Meine Kraft wird. Ja, ja, da seht ihr. Euer Ego wächst, je mehr ihr in den Spiegel guckt. Denkt mal darüber nach. Oder drückt er B. Also der Stil, wie sie hier das, wie so eine Coming-of-Age-Story installieren. Wie geil ist das? Das hab ich irgendwie noch nie erlebt. Find ich voll gut. Es ist ein bisschen wie eine richtig gute Version von Little Nicky oder so. Äh, googelt das nicht mal nach. Nicht mal der Trailer hat's verdient, dass man den anguckt. So, übrigens zeigt das wieder, das, was ich immer predige. Erfolgreiche Leute haben zwei Dinge. Sie räumen ihr Bett morgens auf und sie haben einen einäugigen Zyklopendings, Skelettkopf bei sich stehen. Merkt euch das. Okay. Ich brauche mehr Schläger. Ich habe nicht mal einen. Aber das hier. Nee? Kann ich das gar nicht haben? Keine Kippsäcke noch. Ja, ich habe natürlich nicht viel gemacht. Das ist ja alles noch tutorial. Erstmal üben. Genau, das kann ich. Ups. Ah, jetzt reif ich das. Okay, der geht ja immer weg und dann muss ich ihn aber wieder einsammeln. Das ist hier. Okay, jetzt kann man eigentlich mal ein bisschen ausprobieren. So, diese Kombo. Dann natürlich Y. Das ist dann so ein Uppercut-Schlag. R1, L1. Nee, da haben wir erstmal noch nichts. Okay, kann ich. Ganz gut. Mit Leben. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sind natürlich die roguelike Elemente, die mir dann fehlen, die Erfahrung damit, weil ich zu wenig davon spiele. Aber eigentlich ist es ja mega interessant. Immer wieder vorne anfangen, immer sterben können und dann eben sich durch die Erfahrung, die man hat, natürlich immer weiter nach oben grinden. Solange da eine gewisse Story dahinter ist, finde ich das spannend. Aber sobald es eben nur darum geht, einfach zehn Stunden zu investieren, um in die nächste Area zu kommen, habe ich damit Probleme. Das ist ja interessant. Da werde ich abgeworben, von ganz oben. Ich habe einen Auftrag von ganz oben, die wollen, dass ich hier aus dem Keller runter, aus dem, äh, wie heißt das, ähm, bei großen Firmen machen die doch unten immer die Post und ganz oben sitzen die, gibt's die Posten. Ähm, so, also, dein Wurf ist eine Kettenblitzsalve, die zwischen Gegnern hin und her springt, das klingt eigentlich gut. Ähm, deine Spezietype wirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden, das ist auch nicht schlecht. Ähm, der Angriff strahlt Kettenblitze aus, wenn du, also dasselbe quasi für, weiß ich nicht, ich finde aber das irgendwie geil. Aber, mal gucken, weil ich habe ja jetzt schon Sachen für den Wurf, nicht, dass die jetzt überschrieben werden. Ah, okay. Er hat jetzt mehr Schaden. Er geht auch weiter. Woops. Woops. Ha? Was ist denn das? Ach, betrachten. Ah, da hat er gar keinen Bock auf Steine. Da macht er das alles kaputt. Was der Vater mühsam aufgebaut hat. Kann ich das, was habe ich davon, wenn ich das so kaputt mache? Kriege ich da irgendwie, da gibt's auch keine Boni oder so, ne? Gibt es Energie vielleicht? Ego-Punkte wahrscheinlich nur. Abrisspunkte. Ne, nix gibt's. Was, was ist das hier? Auch nix. Einfach nur schöner Bodenbelag. Geisterhände von verfluchten Seelen. Ah, scheiße, bin ich da reingedasht in die Falle. Also bisher können die ja nicht viel, muss man ja auch sagen. Alles Klingenfutter. Da reib' ich mir die Schneide mit ein. Oh. Tja. Das weiß man natürlich erst hinterher. Ah, habt ihr das gesehen, wie der Elektro-Dash, nicht der Elektro-Dash, sondern der Elektro-Frisbee, sie alle erwischt hat. Er funktioniert, das ist gut zu wissen. Und es spielt sich ja so wahnsinnig flüssig und toll. Alter, der Ilias hatte ja wirklich recht. Das ist ganz schön geil. Oh, ja. Das hat mich immer noch ein bisschen zu gehen. Das hat sich nicht so gut zu tun. Das hat sich nicht so gut zu tun. Ah. Shit, ah, ich hab das ja gar nicht mehr. Ah, nein, 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 ist das jetzt weg? Ah, okay. Ah, okay. Aber ey, es geht voran. Raum für Raum, ein Traum, dieses Spiel. Es lässt sich auch so eingängig aufteilen, die einzelnen Schläge und der ganze Schizzle, ey. Ist schon wirklich nice. Bereue ich jetzt schon nicht mehr, dass ich mir das geholt habe. 20 Euro ist, finde ich, auch ein guter Preis. Shit. Ich bräuchte noch so einen Rundumschlag oder so. Da bin ich jetzt aber voll in die Schläge reingedashed. Mensch, das war dumm. Ha, okay, rechts, das war gekommen Gold. Das werde ich immer wählen. So, was geht hier? Ja, Kaufi. Das war ja richtig schlecht gerade. Das ganze Geld für das bisschen Kohle, für das bisschen Energie oder was? Shit. Ja, deswegen muss man aufpassen. Aufpassen, dass man nicht so häufig getroffen wird, sonst kommt man ja nie weiter. Aufpassen, dass man nicht so häufig getroffen hat. Ah, ich hab ihn ja gar nicht mehr. Ärgerlich. Da ist er. Oh, ich dachte, ich kann da rüberdashen. Ah, war das dumm gerade. Ärger mich über mich selbst, das war echt blöd. War der gerade noch, war der jetzt doppelte Energie oder was? Wie der immer abhaut. Hast du dir so gedacht? Mann, ich kann doch dashen. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie die funktionieren. Hier kann man nie irgendwas kriegen. Schade, schade. Ich wette, dass ich irgendwas bekomme, wenn ich alle diese Dinger abmontiere. Mal gucken, ob die bleiben zwischen einer Reinkarnation und der nächsten, ob die dann wieder aufgebaut werden. Das könnte mir ein Zeichen sein. Ah, das sieht doch ein bisschen nach Entgegnern aus. Security. Oh, das ist Trouble. Also, da es ja jetzt ums Überleben geht, würde ich jetzt gar nicht erst mal, gar nicht in den Kampf mich bewegen. weil er dann doch durchaus die Chance, dass ich sterbe, relativ hoch ist im Vergleich zu zu Hasenfuß-Variante. Feige, 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 Fe Nix für mich, aber schöne Sachen. Man, ich brauch dringend mal wieder mehr Energie, das ist voll doof. Das ist echt mal ein Weg finden, diese Energie wieder aufzuladen. Alter, nur noch einen. Komm, den Raum krieg ich noch. Ich kann auch nicht verstehen, warum ich das nicht singen durfte, das Thema. Ich war doch schon der Bade. Gut, gut, gut. Es läuft. Stimmt, ich habe ja das Feature, mit dem ich dem Tode trotzen kann. Das habe ich ganz vergessen. Eigentlich wie ein halbes Leben. Wo ist denn hier mein geiler Scheiß hin? Vielleicht muss ich die dann erst finishen, damit ich das wiederkriege. Nein! Ja, die halten einfach mittlerweile viel mehr aus. Ich hätte das viel voraussichtiger noch angehen müssen, aber ja. Das ist ja nun mal auch die Idee dahinter. Das ist ein ganz praktisches S-Bahn-System, finde ich. Dass man da durch den, nimmst du nicht die B-Bahn, die Blutbahn, durch die Blutbahn einfach ein Ticket kaufen und bist du sofort... Und das Ticket kostet das Leben. Töte sie doch, bevor sie dich erwischen oder so. Vielen Dank, sie Arsch. So, was ist das denn hier? Okay, Brunnenkammer des Tartaros. Zusätzliche Kammer stellt inmitten der Düsternis ein Quäntchen Herzen her. Das ist doch geil. Ja, leider ist mehr eben nicht verfügbar, aber man sieht, was man hier alles bauen kann. Das ist schon ziemlich geil eigentlich. Äh, bin noch nicht ganz hintergekommen, was jetzt eigentlich da irgendwie das Ziel ist, so. Wie die auch kleine Helme haben, um ihre kleinen Geisterköpfe zu schützen. Ist das nicht sausüß? Na ja. All die Carnage you have sewn throughout my realm. Then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. Renovations. Im Hades. Es ist alles so geil. Ah, was hast du? Schön, was ist das hier? Ich hoffe, dass man später auch Teleporter und ähnliches findet, um nicht denselben Weg immer gehen zu müssen. Ich streichle. You don't like it when I pet your other heads, huh? No. How are you holding up, boy? Eating well lately? All three mouths full and happy? No. Aber ich dachte, der heißt Cerbrus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist das aber auch ein anderer, dreiköpfiger Hund. Der junge Mann will raus. Lass den jungen Mann doch mal irgendwie die Welt erobern. Was habt ihr, was wollt ihr ihn hier unten halten? Okay. Du fickst mal einen speziellen Bonusschaden zu, wenn du Gegner hinter rückst. 10%, äh, du hängst einen kleinen Teil, wenn du einen, ja, ja, das ist wirklich richtig gut. Das ist einfach geil. Davon will ich immer mehr. Ja, nur so kommt man weiter. Bringt Ausruhen was. Das ist interessant. Offensichtlich ist das eine Sache, die später wichtig wird, dass er irgendwann schlafen kann, vielleicht. Ja, auch nicht ganz unwichtig. Aber die Waffen will ich auch haben. Super. Äh, X, okay. Hm, okay. Äh, beim Spurten. Okay. 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 Oh, tut mir leid, mein Freund. Na gut. Tja. Das war ja wohl klar. Another day in Tartarus. All night. I have no idea. Guckt euch das an. Bevölkert. Voller Geister. Er entfernt ist der Kammer, er erreicht 13. Aber wir alle wissen ja, die Schaulinen haben, ich weiß nicht mehr, 42. Ich hab wirklich keinen Plan. Ähm, wir müssen also einen sehr, sehr weiten Weg zurücklegen, bis wir hier jemals das Licht der Welt erblicken dürfen. Aber es ist, wie gesagt, sehr interessant. Ständig kriegt man Upgrade. Besondere Einfussvariante, deine Waffe. Also jetzt hab ich eine neue Waffe statt das Schwert, das hab ich hier den Hammer. Deine Spezialität feuert 50 mehr Schüsse. Dein Angriff für Gegnern 150 mehr Schaden, Alter. Spezialität gedrückt. Seine Schaden. Oh, das ist so schwer, ne? Ich benutze ja wirklich, ich benutze das ja alles geil. Komm, ich nehm das. Ah, guckt euch das an. Oh, was ist denn das hier? Kann ich dir auch lang? Ne, wahrscheinlich später. Okay, ich muss hier grad erstmal lernen, wie das überhaupt geht. Ich bin ja viel zu nahe noch. Okay. Aber ich muss schon sagen, der Bogen ist ungelogen schon ein bisschen verzogen. Bin ich sicher, ob das meine Lieblingswaffe ist. Gut, noch eine. Ab jetzt nur noch die Salve. Ich salve dich. Volle Salvung. Ah! Nein! Nein, nicht die! Nicht die! Warum die? Die sind das genaue Gegenteil von dem, was ich jetzt brauche. Viel zu klein und gemein. Ein guter Anrufbeantworter-Spruch. In the name of Hades! Also, der Angriff ist kraftvoller und hat eine 50-prozentige Chance, kritischen Schaden zuzufügen. Tödlicher Tusch. Dann Spezialität ist kraftvoller und hat eine 20 Prozent. Der Spurangriff führt mehr Schaden, ja. The Power of the Hunt sounds like a good company to keep. Oh nein, das ist ja Zucker. Oh! Ich versuch gerade, keinen Zucker mehr zu mir zu nehmen. Und es fällt schwerer als gedacht, weil man immer gucken muss, was man trinkt. Wasser. Geil. So. Nehmen wir das hier oder ich will den Schlüssel für die Waffe. You're gone. I can use this to unlock a weapon. Diese, ich nehme an, das steht für etwas von Mechaniker oder so, von irgendeinem Schmied. Vielleicht muss ich da einfach mal in die Richtung gehen und mal gucken, was ich dafür kriege. Ich nehme es. Man, das ist schwieriger als gedacht, das hier so immer hinzukriegen. Ich will die ganze Zeit aber nur drücken, aber man muss ja aufladen. Ich nehme es. 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 Dass euch´ für einen aperture psychischen Siege geht, aber es ist etwas für die Mirror. Okay. Auch sehr angenehm, dass man diese Richtung nicht immer eingeben muss, sondern wenn einmal eine Richtung quasi wie hier jetzt eingedrückt wurde, muss man eigentlich nur noch X gedrückt halten und versuchen zumindest das Timing einzuhalten, was einem da schon so vorgeklärt wurde, dass man das braucht. Das ist sehr schwer hier jetzt auch bei der Salve, der Salbung meiner Gegner, quasi auch darauf zu warten, bis es so blinkt. Ich glaube, dann bringt es eben auch nochmal mehr. Ist sehr verlockend, einfach nur diesen Move die ganze Zeit zu machen, aber es wäre ja ein bisschen langweilig. So, Fettkohle. Fettkohle kassiert! Der Hades, ne? Der war früher auch anders. Heute macht er alles nur noch für Geld. Ich weiß, der heißt nicht Hades. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß, was er macht er, was er war früher. Ich weiß, was er war früher. Ich weiß, was er war früher. Wurder ichOhren sie! Ich weiß, was er gehört. Ach, was er vor Push. Nee, ich weiß. Ich weiß, was er denn auch schon. Es wird erfolgt. Entfernen, wenn ich mir das, geht. Ich weiß, was er bis zum anderen auch nicht verhältstufe. Ich weiß. also der vorteil dieser waffe ist ganz klar die salve die schon richtig bock macht aber dafür ist der nahkampf bzw der einzelschuss meiner ansicht nach eher anstrengend und nicht so geil wie ein schlag wie ein ordentlicher einfach zu viel zu viel zeit dazwischen vergeht ja war klar das habe ich echt kommen sehen gut 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 das hier sieht aus wie ein herz da gehen wir mal hin bisschen mehr leben ist auf jeden fall ein bestreben von mir ich mag diese kleinen monologe dialoge du hast ja nur einen flügel ha ha Ich kann zurück, wie ein guter Mann, oder ich kann dich auf den schmerzlichen Weg senden. Was wird das sein? Ich muss auf den schmerzlichen Weg gehen. Ein Mann nach meinem eigenen Herz. Ich werde dich schmerzen. So, wo ist denn jetzt mein Special? Habe ich das hier gerade verschossen? Ah, da ist es. Da muss ich aus hier rausrotzen. Habts kommen sehen. Das ist ein richtig andauernder Kampf, glaube ich. Da muss ich jetzt auch mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Da hätte ich schon lieber ein Schwert, wenn ich ehrlich bin. Das wäre nicht verkehrt. Ich hatte schon den. Man kann, glaube ich, mit der Salve mehr anrichten, wenn ich sie wirklich treffe, aus einer näheren Entfernung. Seht ihr, ist 270, ist schon nicht schlecht. Was ist das? Ich habe nicht mehr so viel Energie, aber ich würde es schon noch schaffen eigentlich. Oh, shit. Das war's für heute. Im falschen Moment, die falsche Geschichte gemacht, schon sackt er ab. Ah, die Blutbahn bringt mich zurück an die erste Station. Seht ihr, wie quer, wie schief das Leben schon ist für mich, alles dreht sich und ich weiß nicht mehr, wo ist oben und unten. Ich will doch noch raus. Das war meine Bewerbung für den Let's Play Oscar 2020. Okay. Halt doch mal die Fresse, du Arschloch. Wie ich den Vater auch immer ignoriere und aber nur mit dem Hund rede. Siehste das, Vater? Das bist du für mich. So, was renovieren wir? Alles für den Hades. Was brauche ich eigentlich? Edelsteine habe ich gar nicht, ne? Wo werden die angezeigt? Ja, wenn ich nicht mal zehn habe oder fünf, dann brauche ich mir hier keine Gedanken mehr. Naja, kann man mal mitnehmen, aber so richtig wichtig ist es, finde ich nicht. Wichtiger ist das hier, dass ich mal eine andere Waffe jetzt mitnehme. Das hat mir nichts gut getan. Hm, vielleicht ein Schild, okay. Das ist ja geil. Bringt mir ein bisschen wenig. Ah. Ja, okay. Jetzt geht's los, meine Freunde. Acht Minuten haben wir noch. Da schaffen wir doch locker noch mal einen kleinen Endspurt. Danke, Zeus. Jetzt muss ich hier Zeus alte Sachen auftragen. Äh, ja, das nehmen wir natürlich, wenn das schon episch steht und selten. Bäm, Junge. Goyle. Come on. Denk ich aber auch. Warum hat der mich überhaupt getroffen? Ich hab doch voll gelatzt. Voll, voll, hab ich, ne? Hm. Nice. Gut. Also, man sieht jetzt, man kann die Gegner auch in den Fallentod schicken. Man kann ihnen sozusagen einen Gefallen tun. Hey, dieser Knochenhaufen da, ne? Wo kommen die her? Sind das alles Couch-Potatoes ehemaliges gewesen? Oder warum haben die keinen Körper? Wie wirst du zum Kopf im Hades? Was musst du getan haben? Oh, den Hammer. Den nehm ich gerne mit. Wo ist er? Brimstone. Pam, 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 steine sind keine. Na, was geht hier ab? Sind doch wirklich kein Feind. Steine. Aus sowas wie dir mach ich mir meinen Parkplatz. Vor dem Haus. Wir haben eine Reittiere. Was hast du, du kannst blazern? Geil. Ja. Okay. Der größte Baumeister seiner Zeit hinterließ auch in der Unterwelt seine Spuren. Der Hammer des Daidalos. Aufgeladener Schuss für den Stierlauf. Rüstungsreißwolf. 400 Schaden einer Rüstung. Moment. Halte X und lasse los. Rüstung. Elite-Gegner können erst Betäubte wegschlossen werden, wenn du ihre Rüstung durchbrichst. Ah, okay. Aufgeladener Haltespezialität zum Aufladen des Fluges. Füge bis zu 200% Schaden. Hier, komm, nehmen wir das mal. Für den hier, ne? Ähm, den da. Brrk. Stierlauf. Den Stier in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Karl Marx. Oh, ist das toll. Das ist ja richtig befriedigend, sag ich mal. Oh, eine Falle. Uh, 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 uh. Achtung. Bäm, Junge. Nee, ist vorbei. Ich dachte, dass ich da so durch kann. Ja. Jetzt hab ich natürlich ein bisschen zu sehr rumgespielt und hab echt die wichtigsten Aufgaben vergessen, nämlich nicht sterben. Aber es ist halt auch geil. Also, Schild ist wieder was ganz anderes so. Hat ja so ein bisschen beides. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Tod getrotzt. Jetzt hau ich den aber noch. Den nehm ich noch mit. Wir haben ja eh nur noch drei Minuten. Aber vielleicht komm ich hier noch zum Ende. Also, göttlicher Tusch, Spezialität ist kraftvoller. 110 Prozent der Phalanx. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Das Ding. Einfach heftiger jetzt. Okay. Das erinnert mich an Rygar. Kennt ihr das noch? Da hatte man auch so ein Schild. Konnte den Schild auch werfen. Könnte sich, glaube ich, damit auch irgendwo festhalten oder so. Irgendwas war da noch. Schon lange nicht mehr gesehen. Das Spiel. Jetzt wollen sie es aber wissen. Oh, ja. Absolutes Chaos hier. Ihr müsst alle sterben. Easy war das. So, will ich die Bomben, die man auch essen kann, wie eine Kunkwatt oder was? Oder will ich den Goldsack? Also, eigentlich steht das ja, glaube ich, mittlerweile nur für den Shop. Da will ich hin. Ich will in den Shop. Was ist denn das? Ah. Magst du leben? Natürlich. Jetzt haben wir hier noch. Was wäre das gewesen? Ach, das macht alles wieder stärker. Und hier gibt es volle Energie. Du hast wie immer nichts zu sagen. Wie geht? Bist du Fährmann? Oder Zombie? Seht ihr? Jetzt lohnt es sich, weil ich es gerade so hierhin geschafft habe. Okay, schön meine Energie wiederherstellen. Und jetzt? Was mache ich da jetzt? Wie komme ich da rein? Ehh. Das ist doch schön. Da könnte man jetzt einfach mal bleiben. Kann ich denn da lang? Kann ich ja fortfahren? Ich habe, habe ich so einen Schlüssel? Werden wir gleich ausfindig machen. Äh, jedenfalls einen kurzen Moment nochmal hier in dieser ruhigen Ecke verbringen. Ach, toll. Den habe ich in Auftrag gegeben. So kann man sich dann wahrscheinlich nach und nach den Weg nach oben erkämpfen, indem man sich immer kleine Ruhepausen gönnt. Also, ich finde es bisher absolut fantastisch. Ein richtig geiles Spiel. Bin mal gespannt, ob das hier... Ja. Okay, den Schlüssel holen wir uns noch. Und dann hören wir aber auf. Easy. Over there. A key to a weapon. Ah, hier könnte ich schön einkaufen. Was heißt den Scharmützel? Der gefährliche Art. In diesen Kammern der Unterwelt musst du deine Gegner töten, um weiterzukommen. Okay. Äh, du hältst 38 gegen Zahlen des Blutpreises? Nein, auf gar keinen Fall. Entflammender. Ich, Leute, passiv. Du hältst 20... Geschwindigkeit. Dauer. Ach, Scharmützel. Also, bin ich mir gerade nicht sicher, was das jetzt heißt, ne? Wir probieren es mal mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Und das auch. Jetzt kriege ich 38 von denen gegen Geld. Ja, äh, gegen Gold. Äh, Blut. Machen wir. Mach ich doch. Weil's, glaub ich, gar nicht so dumm ist. Jetzt holen wir uns noch einen Schlüssel. Liebe Regie, ihr müsst kurz noch warten. Einen Schlüssel holen wir uns noch. Jetzt bin ich so nah dran. Ich nehme an, das ist das klassische Problem bei... dieser... bei diesem Genre. Ne, dass man theoretisch immer noch... noch mal 10 Minuten spielen könnte. Aber... ich sterbe ja auch bald wieder. Und dann können wir aufhören. Ja, Mann. Schön in die Falle getrieben. Und jetzt geh ich mal hier lang, hol mir noch 25% Herz. Und dann machen wir wirklich gleich... abhäusche. Es geht halt... Läuft einfach grad so gut, ne? Läuft einfach. Läuft einfach. Wenn's läuft, läuft's. Na, da ist sie wieder. Okay, die machen wir noch. Nur die machen wir noch. Nur noch die eine Dame. Hahaha. Hahaha. Your whip's not been old. Maybe Persistence would... Ich bin noch da drin. Ich bin noch da drin. Zu ihr. Vom Haus des Hades bis ganz nach oben werd ich mich bewegen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein sehr schönes Spiel. Props gehen auf jeden Fall raus an Budi und Elias, die mir beide dieses Spiel empfohlen haben. Wäre eigentlich gar nichts für mich gewesen. Aber das ist schon ganz schön cool. Ich werd auf jeden Fall da privat noch mal ein bisschen weiterspielen. Euch wünsch ich jetzt viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans-Programm. Und wir, pipiu, 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 pipiu. Das ist ja schon viel zu früh oder viel zu spät. Euch, pipiu, sehen wir wahrscheinlich gleich wieder hier mit irgendwelchen anderen Themen. Vielleicht mit mir, vielleicht mit Budi, vielleicht mit irgendjemandem sonst. Ist egal. Hauptsache Rocket Beans. Tschüss. Tschüss.